Was ist das Kinderlesen? Das Kinderlesen ist leider kein Naturgesetz. Es gibt natürlich viele Kinder, die lieben gerne Lesen. Es gibt aber auch viele Kinder, die Lesen einfach nur die kalte Schulter zeigen, weil Lesen ist für sie gleich Schule, Lesen ist gleich Arbeit, Lesen ist anstrengend. Und vieles, was Eltern und natürlich auch Schule, Kindern zu lesen, vorsetzen, wird von Kindern halt einfach als langweilig empfunden, als Textwüste oder nicht modern. Und genau da müssen wir ansetzen. Wir müssen die Leseabstinenzler mit Neugier locken. Wir müssen ihnen Themen, die sie ohnehin begeistern, sei es als Film, sei es als Fernsehserie, als Spielzeug, aber auch als App, relativ barrierefrei, kurzweilig, nicht durch Textwüstend erschlagend, als gedrucktes Produkt umsetzen, als Zeitschrift, als Buch, auch als Comic, damit die Kinder ihre Begeisterung ausleben können, ihren Wissensdurst stillen können, ihre Neugier bedient bekommen, ohne primär daran zu denken, dass sie dafür lesen müssen. Weil eins liegt in der Natur des Kindes, und das ist die Neugier. Und die müssen wir bedienen. Das ist die Neugier.